Ich hab Dias, ich hab Dias! Oh, du läufst dich! Hi Leute, was geht und willkommen zur dritten Folge von Minecraft Titan 4 zusammen mit Tim Spurtz! Hi! Welcome! Wir sind aufgeregt ganz welle. Und wir gehen jetzt auf Titan Server in. 3, 2, 1, GO! Okay, Leute, wir haben einen kleinen Plan. Moinu, na? Hast du mir meinen Helm? Hier. Das ist cool, wir können diese Schutzzeit nutzen, um uns schon mal zu... Dankeschön. Okay, dann, wo stellen wir die Öfen auf? Komm mit, komm mit, folgst du mir gerade? Ja, ich folg dir auf Twitter und auf Insta, das dürft ihr gerne bei uns auch machen. So, zack, ist drin. Haben wir Kohle irgendwo? Äh, ja. Zwei Kohle nur, hier. Wirklich? Haben wir nur zwei? Ne, ich hab zwölf. Okay, ich hol hier eben noch mal ein bisschen. Hier ist Eisen, hier ist sechs Eisen drin. Das kann auch nochmal schmolz, also schmolz, 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 schmolz. Genau das, ja. Gesundheit. Okay, dann würde ich sagen, ich geh schon mal los, oder? Ja. Beziehungsweise, ich hol hier noch eben das Eisen. Und dann, Leute, unsere Mission. Wir können ja kurz ein bisschen erklären, was unsere Mission für die Folge ist. Ist ein bisschen eine entspanntere Folge, aber wir dürften uns auch nicht zu locker, ja, das Ganze angehen. Ähm, weil wir haben auch ein kleines Problem theoretisch. Weil wir könnten eventuell bald out of border sein. Was? Wir wissen es halt leider nicht. Ja. Okay. Ähm, und zwar, unsere Mission ist eigentlich von dieser Folge. Wir wollen ein bisschen Dias vor allem finden. Das ist jetzt erstmal das Wichtigste. Oh, dann können wir auf Obsidian und so weiter gehen. Und was noch, was noch, was noch? Naja, also hauptsächlich wollen wir dieses Schwert, was ich hier gerade habe, für uns beide machen. Oh, du hast sogar schon eins. Nice. Genau. Und jetzt sind wir für dich noch dabei. Genau. Weil wir müssen uns langsam ja auch besser equippen. Wir wollen überhaupt nicht überrascht werden von irgendwelchen Gegnern. Oder uns hier irgendwie wegsnacken lassen, relativ schnell. So. Ich lege mal eben. Und somit passen wir da auf jeden Fall auf. Genau. Ich, äh, unser Titan ist jetzt auch im Backpack. Ich lege mal die Fäden rein, anstatt den, ähm, Pfeilen. Äh, Federn. Genau. Kannst du, äh, mal gucken wegen den Chords. Das kann ich nicht tun. Äh, Koordinaten, ja. Ja, ja. Habe ich offen. Genau, ähm, dass wir halt, genau das, dass du halt uns einmal speicherst. Und das kannst du mir dann später mal sagen. Okay, ich, ich, ich mach mal einen Screenshot eben. Ja, auf jeden. Auf jeden. Bei mir ist halt super dooster. Es tut mir leid, ich hab keine Gamma. Oh. Ja, hast du nicht hochgestellt? Nee. Okay. So, aber egal. Bei mir schon mal die bessere Cam. Ich hab jetzt meine richtige, äh, Sony. Ja, das wollte die auch. So, genau. Also, wir haben auch wieder ein paar Ideen mit drin. Hast du die Kohle wieder raus? Oh, scheiße, hab die mit. Ich hab mit Kohle. Okay, egal. Ich nehme hier kurz ein bisschen Kohle. Oh, okay. Ja, perfekt, perfekt. Der Schmitzsack ist kaputt. Broke. Okay. Wir sind Zeit gerade am verlieren. Aber das ist jetzt im Großen und Ganzen nicht so gut. Ja, das ist sowieso immer so ein Riesending bei Titan. Man muss die Zeit gut nutzen. Äh, wie gesagt, nicht jeder wird die jetzt perfekt nutzen. Deshalb können wir uns auch mal so ein, zwei Propas leisten. Aber wir sollten auf jeden Fall auf Diaz gehen und versuchen, das irgendwie zu schaffen. Denn wir haben ja, wir haben ja schon Titan, oder? Genau. Und das wäre natürlich super, wenn wir das direkt schmelzen können und halt daraus was rausholen können. Genau. Das wäre ziemlich, ziemlich cool. Wenn das relativ schnell passiert. Ich schau mal eben als allererstes, bevor ich irgendwas anderes mache. Genau. Das war die Höhle. Hier hinten wollte ich gerade hin. Hier war nämlich das Titan. Ah ja. Beides tatsächlich. Beide Titan. Und hier hinten ging es noch ein bisschen weiter. Deswegen, ich wollte hier noch mal kurz ein bisschen durchschauen. Ob hier irgendwas ist. Aber sieht gerade nicht so danach aus. Aber das wäre trotzdem die Richtung, wo wir eigentlich lang sollten. Weil da oben... Ja, tatsächlich. Und hier ist Lapis. Nice. Ich habe auch schon ein bisschen Lapis. Aber nehmen wir auf jeden Fall mit. Und wir sollten auch das Gold nicht komplett verkraften. Es gibt nämlich, ich habe gesehen, es gibt Rezepte, wo man Gold braucht. Für andere Dinge noch. Also ich habe auch schon ein... Ich habe übrigens ein Geppel, ne? Falls du es nicht wusstest. Oh nice, sehr schön. Ich konnte keinen zweiten machen. Aber du meintest ja, ob wir jetzt direkt schmelzen. Das passt ja. Habe ich erstmal einen gemacht. Und wer den braucht, der kriegt den dann. Okay. Eisen sollten wir auf jeden Fall alles noch mitnehmen erstmal. Weil wir brauchen auch noch für den Amboss und so weiter. Und wir haben im Moment noch nicht so ultra viel Eisen. Deswegen... Ich habe Titan. Ja, nice. Sehr schön. Richtig gut. Genau. Ja, ja, ja. 100%. Sehr schön. Oh, nice, nice, nice. Leute. Schon die dritte Titan-Quelle. Mega gut. Oha. Ey, das ist richtig viel, ne? Ja, wie viel? Mindestens sieben. Boah, krass. Was? Mindestens acht. Was? Wie kann das denn sein? Ich sag's dir gleich genau. Wait, wir haben schon mega viel Titan gefunden. Ich frage mich, ob das dann wirklich super ist. Aber keine Dias. Aber wir haben keinen einzigen Dias. Äh, acht Stück. Jo. Acht Titan. Nice. Jetzt haben wir insgesamt... Neun, neun, neun. Oh, was? Dann haben wir 18. Jo. Haben wir 18. Und weil man braucht für die Rüstung... Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ey, ich hab... Ich hab hier wirklich ein Gang... Also du kannst mir gerne hierher in die Richtung folgen. Tatsächlich nicht, wo ich war. Ja, ich schau gleich mal, wo du bist. Weil, äh, hier sind Dinge... Also hier sind so viele Dinge, die wir an sich gesehen. Das ist wie, als hätten wir eine neue Höhlenabdeckung gefunden, so. Hab ein bisschen Party mit dem Creeper gemacht. Genau. Und ich hab mir auch, äh, Gedanken gemacht, ob das mit den Fackeln hier ein Problem ist. Und ich bin der Meinung, es ist kein Problem. Erstmal, wenn wir hier nicht für immer verweilen. Okay. Ich nehm mal die ganzen Öfen alle mit. Ja, nehm mal jetzt mit. Langsam müssen wir nämlich in die Richtung hier erstmal schauen und dann... Genau. Die Werkbank baue ich auch nochmal ab. Beziehungsweise ich mach mir jetzt auch meinen, ähm... Äh, äh, Great Sword hier, Leute. Schaut euch das an. Nice. 8,5 Attack Damage. Ein einfaches Schwert. Gut. Einfach so. Das ist megagut. Und du solltest dir trotz dessen ein normales Schwert im Inventar behalten, denn dieses Schwert kann nichts abbauen, auch kein Cop-Web. Ah, okay. Hab ich getestet, geht nicht. Okay, gut. So, ich hab echt ein sehr zugemülltes Inventar. Ja, das wird natürlich. Spinnenauge könnte man behalten. Ja, ja. Das ist alles Sachen, die wir brauchen werden bestimmt. Okay. Dann, in welche Richtung bist du? Ja. Also Richtung Kompass weg. Okay. Du warst hier unten auch in der Höhle, wo ich eben war. Ja, und dann weiter in die eine Richtung. Genau. Okay. Äh, brrrr. Hier hinten? Ich schätz einfach mal, dass du hier lang bist. Nope. Hier ist ne Fackel, aber hier ist zu. Hm. Ich weiß nicht. In die andere Richtung, genau. Da auf der einen Fackel und zu und auf der anderen Seite gehen Fackeln und weiter. Bei Fackeln und weiter bin ich. Äh, ich bin jetzt in der Schlucht. Hä? Was? Ah, ich seh deinen Namen davon, ne? Was? Ist das dein Name? Ja, ja, ey. Ist das dein Name? Alles klar, Bro. Alles klar. Ist das wirklich? Ist es... Ist er... Okay. Oh, ich hab hier Gold gefunden. Ich lauf einfach ein bisschen durch den Minenschacht auch einfach mal nochmal. Ja. Ich glaub, das ist auch recht sinnvoll. Weil so komplett falsch lauf ich da jetzt auch. Eigentlich auch nicht. Weil das ist ja auch echt ne gute Höhe. Ich bin hier auf Höhe 16 gerade. Versuch nochmal Eisen zu schmelzen. Ich hab ganz viel Eisen, aber ich hab halt keinen Ofen. Du hast den Ofen, oder? Ähm. Ich hab 23 Eisen und 5 geschmolzenes auch noch. Jaja, du brauchst doch ne Hose jetzt langsam mal. Ich hab die doch schon. Ah, okay. Ich hab die schon. Ja, ja. Alles gut. Und dann ist erstmal alles gut. Ja, genau. Alles super. Ich muss mir jetzt trotzdem den Ofen hier aufbauen kurz. Dann ist hier richtig... Hier ist hier nochmal richtig viel Gold. Tatsächlich. Oh, hier ist auch nochmal zwei Goldquellen. An nem Lavasee. Das hol ich mir gleich. Genau. Ich mach jetzt den hier. Den hier. Vielleicht sind wir ja auch Dias oder so. Ja, das ist jetzt das einzige was wir jetzt... Ich hab übrigens noch so einen Schwertgriff, den ich für dich gemacht hab. Ah, okay. Hab ich aber auch. Ja, ist ja egal. Egal, passt. Wir brauchen sie ja sowieso. Wahrscheinlich irgendwann. Ja. Äh, wir sollten unbedingt Dias finden, sonst äh... Richtig. Genau, liebe Leute. Vielleicht kennen sich nicht alle hier mit dem Crafting Rezepten aus. Ähm, wie man überhaupt an die Titan Ingots kommt und so weiter. Ja, man braucht Diamanten und Obsidian, um an ein Titan Ingots zu... An ein einziges. Ja. Und wenn du das zu fertig craften willst, brauchst du nochmal einen Puder. Das heißt, du brauchst nochmal ein weiteres Titan Powder so extra nur, um es dann dann zu vervollständigen. Ein Crystal halt. Ja, ja. Äh, ich hör jetzt auf mit Eisen. Ich hab so viel Eisen jetzt noch gefahren, das ist äh... Ja, ich hab auch noch einiges im Inventar. Ja, das wär halt too much so. Ich geh da auf Höhe 18 in dem... Ja, musst du noch weiter runter. Ja, hier geht's auch direkt wieder ein bisschen runter. Ich werd jetzt zu dir kommen, glaub ich dann gleich. Also wir sind ein bisschen weiter jetzt auseinander. Nur zur Information. Ja. Weil der Minenschacht ist jetzt auch nicht all so klein. Ja, ja. Hier ist auch noch ein Durchgang. War ich hier oder was du hier? Das Lapis Eisen. Nehme ich alles auch mal noch mit hier. Sehr schön. Dann geh ich halt auch durch. Hier geht's ganz runter, aber hier ist auch nix. Oh. Okay, ich glaub, jetzt bin ich in der Sackgasse. Okay, dann komm ich zurück. Ja, okay. Und such dich jetzt. Alles klar. Dann geh ich jetzt hier mal diesen Weg noch einmal. Und schau ich hier und dann... Geht's nicht lang. Hierum geht's wahrscheinlich zurück, oder? Oh, hi, Sokalette. Ist ja jetzt eigentlich auch nicht groß verkehrt, jetzt mit dem, ähm... Greatsword zu kämpfen, mit dem Citrin Greatsword, oder? Nö, nö. Das geht auch fast nicht kaputt, also... Genau, das ist jetzt, glaub ich, auch nicht so schlimm. Ein großes Ding. An die Leute, die sich denken, warum benutzt der die ganze Zeit sein Mainsword? Wird jetzt nicht schlimm sein. Das wird jetzt auch nicht durchgehend unser Hauptschutz bleiben. Ja, ich seh dich. Du bist über mir. Genau, hier. Okay, dann... Wollen wir in der Schlucht entlang? Hier nach hinten? Ja, hierher, hierher. Wie geh jetzt die Schlucht entlang? Also, wie gesagt... Okay. Okay, hier unten ist Gold. Da ist Gold noch? Nice. Ja. Ich hab gar nicht so wenig Gold, glaub ich. Ja, ich hab 33 Gold im Inventar. Denk mal, wir hätten jetzt einen Dia-Ofen. Ja, haben wir zugemacht. Ich weiß gar nicht warum. Ich hab acht. Ich hab acht auch noch. Okay, lass hier einfach durch. Ähm... Wollen wir... dieser Dia-Ofen, also Leute, das ist auch so eine Sache, die ist vollkommen Prio bei uns. Dieser Dia-Ofen, der muss einfach bald sein. Oh, hier ein bisschen Licht machen. Hier scheint eine Sackgasse zu sein. Mach mir auf jeden Fall Licht. Du du du... Fünf Minuten noch? Fünf Minuten, okay. Ist krass, dass jetzt schon fünf Minuten noch. Ja, krass, ey. Die Zeit geht so schnell um. Ja, die Zeit rennt. Aber hier ist nochmal eine richtig schöne Schlucht. Das sieht richtig gut aus. hier gehen wir jetzt auf jeden fall durch und dann sollten wir den anderen weg gehen space wie meins da oben ist gold den anderen weg weil verstehst du weil laut kompass sind wir falsch das meinte ich wir laufen doch gerade in die richtige richtung ja aber links noch müssen uns mehr halten und sich passt doch oder würde ich sagen beide rechts eher anstatt links ja ja ok hier lang halt ne mein kompass zeigt komplett hier hin also for real drück mal auf den kompass drauf er zeigt halt dahin genau warte jetzt zeigt er what the fuck der dreht sich komplett der spackt komplett rum ok genau in die richtung genau bei mir zeigt er immer dahin alles klar gut dann das meinte ich ja das ein bisschen zu laufen wir hier zurück ok ja dann gucken wir ob er genau das recht alles achten ich war nur ein bisschen für wird so den hier ja also bis jetzt haben wir nur das schwert gemacht und läuft ja einfach am teilen vorbeigelaufen hast du platz für das ja ja dann sammelst du ein wir haben nicht ein diane das ist halt ok wie viele waren das jetzt noch mal sieben wollen wir hier uns hier einfach durchbauen wollen wir das also bauen wir da schon mal durch ja und ich mache noch mal ganz kurz ihren abstecher ok leg mal das ganze teilen auch alles im backpack rein ok weil dann haben wir immer den schönen überblick auch weil wir haben jetzt echt nicht so wenig ja aber die frage ist ist es wirklich viel also ich glaube schon also ich glaube ich glaube ja dass wir jetzt recht viel haben schauen wir haben keinen einzigen dir gesehen aber an sich ist ja teilen theoretisch das beste erz oder ja vielleicht ist das stärkste er aber das ist aber von der häufigkeit ja vielleicht leider nicht wissen wir nicht wir sind hier auch genau auf höhere elf wo ich mich hier durchbauen und über mir höre ich die ganze zeit zombies sind skelette ich mach das schlacht guck mal hier scheint auch eine höhle zu sein ich baue mich einfach mal hier ein bisschen hoch eben ja macht das also macht auf jeden fall dein ding ich bin auf jeden fall gleich wieder bei dir Achtung vor allem ich bin bei dir du kommst einfach zu mir ja mit diesem schwer haben wir jetzt kein stress mehr also wirklich nicht genau die machen richtig schön schaden ok lass hier einfach hier oben ein bisschen lang laufen hier ist mein card ich glaube das ist noch nicht gelootet schauen wir mal rein eisen ok und name tag aber das brauchen wir jetzt nicht oder obwohl die name tag mal mit wenn du platz hast wenn du nur den platz hast denn bei den backpacks gab es viele probleme die backpacks auseinander zu halten und vielleicht kann man die ja einen namen geben dann haben wir keine probleme das kostet auch noch mal extra level und so ja ok dann nicht ich hab ne ender perle oh nice sehr schön ich höre den enderman auch gerade also den toten enderman ok wir haben nicht mehr so viel zeit slash tea time ich schau mal eben eine minute 34 marco ich komm mal komplett zu dir alles klar ich hoffe die ganze zeit dass es noch klappt aber es klappt einfach nicht was noch was zu finden so von ja ok diamanten ok wir sind jetzt da wo wir am anfang waren ja ok ich komm jetzt sofort ja ich komm jetzt ja ich lauf schon mal so ohne untertunschreife ok ok eine minute ok ich baue mich jetzt hier ein bisschen auf höhe 11 runter und dann im strip minen wir uns jetzt hier durch ok ja ok 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 gut titanerz aber ich soll ich es noch abbauen ja klar ja logisch was was einfach titanerz liegen lassen was geht ab leute wir sind einfach zu reich ich hab jetzt so viel wir müssen doch für andere was wirklich zu tun wir nehmen sonst allen anderen alles weg hier tikka das ist so viel das ist nicht selten 30 sekunden das kann mir niemand erzählen dass das selten ist das erst Junge das ist einfach voll viel ok wie viel haben wir jetzt warte ich muss weiter abbauen das dauert ja lange ok wir haben nicht mehr so viel zeit 15 sekunden oh da ist noch einer soll ich den liegen lassen was noch vier Junge das habe ich nicht mehr Zeit wir bauen die nächste folge ab ich hab die erst ich hab die erst nice 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 wir bauen die noch nicht ab oder doch ja soll ich nein jetzt nicht mehr oh mein gott ich hab alles dafür gedroppt ein dir hab ich abgebaut ein dir ok ok ja nice aber auch nicht oder keine ahnung ja keine ahnung wie er es genau sagt japa hopp japa hopp obwohl 5 sekunden dran stand egal ok liebe leute ok leute wir haben eigentlich erreicht was wir wollten nice 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 dann liebe leute wir bedanken uns bei euch fürs zuschauen wir sehen uns bei der nächsten folge ja deswegen leute bleibt bei uns dabei hechte team spinat täglich folgen schaut auf jeden fall rein wir sehen uns morgen wieder bis dann tschau tschau